Psst, ich verrate dir Geheimnisse rund um die Rose. Komm mit. Heute Frühlingsschnitt an der Kletterose. Hallo und herzlich willkommen zum Gartenkanal Grüne Seele. Mit diesen frühlingshaften Temperaturen lockt es in den Garten und es wird Zeit, dass wir die Rosen schneiden. Denn sie machen doch sehr schnell jetzt vorwärts mit Austrieb. Ja, wenn sollte dann geschnitten werden. Ein altes Gärtnersprichwort sagt, wenn die Vorsitzen gelbe Spitzen haben, dann sollte geschnitten werden. Dann wird es nicht mehr kalt. Auch nach meiner Erfahrung werden die Rosen gerne zu früh geschnitten. So kann es immer noch Spätfrostschäden an den Neuaustrieben geben. Aber nun legen wir los. So sieht unsere Rose vor dem Schnitt aus. Die Triebe werden vom Klettergerüst gelöst und dabei werden alte Triebe und querende Äste bodennah abgeschnitten. Es werden etwa vier bis sechs starke, vitale Triebe an der Pflanze belassen. Auch diese Triebe werden eingekürzt und zwar bis auf einen vitalen, einjährigen Seitentrieb. So wird alle Kraft auf diesen jungen, vitalen Seitentrieb abgeleitet. An diesen vitalen Trieben werden die Seitenäste bis auf den Leitast, auf den Astring entfernt. Dies wird vor allem bei vitalen, tollen Sorten gemacht, die sowieso viele Neuaustriebe bilden. Schwach wachsende Kletterrosensorten oder Austriebe, die man gezielt fördern will. Dann wird auf Zapfen geschnitten. Es entstehen zwei bis drei Austriebe. Die verbliebenen Zweige werden bogenförmig geführt und angebunden. So sieht die Kletterrose geschnitten aus. Zusammenfassend kann man sagen, es verbleiben vier bis sechs Triebe. Es wird Altholz entfernt, kranke Triebe oder querende Triebe. Die Triebe werden bogig geführt und aufgebunden. So erreicht man einen starken Blütenflor. Und daraus entstehen Neutriebe, die man für nächstes Jahr braucht. Der nächste Schritt nach dem Rosenschnitt ist die Winterspritzung. Der richtige Zeitpunkt ist, wenn die Knospen schwellen, aber noch keine Blätter haben. Es werden dabei kupferhaltige Mittel verwendet. Sie sollen ein Überwintern von Krankheiten verhindern. Ich empfehle organischen Rosendünger zu verwenden. Das fördert die Blühfähigkeit und Vitalität der Pflanze enorm. Bist du schon dabei? Dann folge mir. Ich erzähle dir weiter. Hat dir mein Video gefallen? So abonniere meinen Kanal. So bist du immer bestens informiert, was es Neues gibt. Bis zum nächsten Mal.